Nicht auf der Bank, sondern in einem Tresor im Ausland, weil da ist es eben mobil. Wieso nicht in einem Bankschließfach in Deutschland? Weil Bankschließfächer nicht anonym sind. Das ist mir jetzt neu. Also wenn der Staat zur Bank geht und sagt, ich will jetzt die Namen aller Bankschließfachinhaber haben, dann wird die Bank sich dem nicht verweigern können. Also ist das eine scheinbare Sicherheit? Ich glaube, dass es eine Sicherheit in dem Sinne ist, als so ein Schließfach vor bestimmten Dingen schützt. Also vor Dieben in der Regel. Aber nicht vor dem Zugriff. Großen Dieb. Nicht vor dem ganz großen Dieb, genau, dessen Erscheinungsformen sich über die Jahrhunderte kaum gewandelt haben. Also Bank im Ausland. Muss nicht unbedingt eine Bank sein. Es gibt auch private Schließfachanbieter im Ausland. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, für die etwas Wohlhaber haben, einen eigenen Tresor zu haben. Den sollte man allerdings dann wirklich gut versteckt haben. Aber es gibt jedenfalls die Möglichkeit, Gold vor dem Zugriff durchaus in Sicherheit zu bringen. Und das ist eben eine Rückversicherung gegen den Totalverlust. Alle anderen Formen, wie Aktien, Staatsanleihen, kann man ja in Deutschland halten, auf einer Bank oder im Ausland. Was empfehlen Sie? In Deutschland, also in Europa oder im Ausland? Also für Vermögenswerte, die hinterher noch da sind, empfehle ich generell, sie im Ausland, also im Nicht-Euro-Ausland zu halten. Also das Nicht-Euro, also Österreich reicht nicht. Österreich reicht nicht, aber Liechtenstein, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Jersey, Vereinigte Staaten, Kanada, das sind alles Optionen. Also das Nicht-Euro-Ausland zu halten.